Marne, das ist Dittmarschen pur, Marne, das ist Karneval, Marne, das sind die Dittmarscher Kohltage und das Edeka Frauencenter, Marnes Dreh- und Angelpunkt. Moin Moin, so begrüßen sich hier alle. Eine wunderbare, ungewöhnlich familiäre Atmosphäre macht dieses Edeka Frauencenter so besonders, so persönlich, so typisch, typisch Marne. Hallo, hier in Marne ist der Begriff eigene Herstellung nicht nur ein platter Spruch, sondern gelebte Realität, wie in allen unseren Frauenmärkten. Eigene Herstellung ist in Marne unser beliebtes und erfolgreiches Alleinstellungsmerkmal. Wir stellen in Eigenarbeit Salat her und bereiten Frischkäse in großen Variationen auf und haben als besondere Spezialität für unsere Kunden Frischkäsetorten im Angebot. Das ist unsere fertige Frischkäsetorte mit Lachs und Dill. Guten Appetit! Zur eigenen Herstellung gehören auch viele frische Salate, die täglich liebevoll geschnippelt und zum Verkauf angerichtet werden. Und was sagen eigentlich die Kunden dazu? Der Auszubildende Jendrik Schulz hat nachgefragt. Wir haben Käse aus eigener Herstellung. Kaufen Sie den? Ja, gerne, weil er immer frisch ist und der schmeckt super. Und also mein Mann isst ihn gerne. Ich muss ihn zweimal die Woche holen. Und also ich gehe auch gerne nach Frauen hin. Alle nett und freundlich. Also super. Ja, weil der besonders lecker ist und ich gerne frische Sachen mag. Viel lieber als abgepackte. Auch in Marne punkten regionale Produkte. Zum Beispiel dieses Original-Dittmarscher Sauerfleisch aus Freestädt. Was ist das Besondere am Dittmarscher Sauerfleisch, Herr Carstens? Das Besondere ist der Dittmarscher Geschmack, der süß-saurige Geschmack. Und wir beliefern schon seit einigen Jahren die Firma Edeka Frauen in allen sieben Märkten. Marne. Das ist Dittmarschen und Karneval. Das sind die Dittmarscher Kohltage und das Edeka Frauencenter. Warum es in Marne so beliebt ist, na ist doch klar. Ohne Frauen geht's mit!